Man sagt, die Wissenschaftssprache ist eine präzise Sprache. Was bedeutet das? Wenn man sagt, dass die Wissenschaftssprache eine präzise Sprache ist, dann meint man, dass man möglichst genau wissen muss, wovon man spricht. Also das heißt, dass die Begriffe, die man verwendet, möglichst gut definiert sind, möglichst gut umrissen sind. Das ist gerade für die Sozialwissenschaften natürlich eine große Herausforderung, denn wir schließen ja sehr eng an die Umgangssprache, an die Alltagssprache, an die politische Sprache, die man in der Öffentlichkeit hört. Und bei der Alltagssprache ist es so, dass die Begriffe eben sehr kontextabhängig sind. Jeder hat sozusagen seinen eigenen Zugang zu diesen Begriffen und hat eine eigene Vorstellung davon, was diese Begriffe bedeuten mögen und die wechseln auch von Kontext zu Kontext. Daher brauchen wir eben diese Wissenschaftssprache, wo man Begriffe sozusagen möglichst einheitlich und auf die gleiche Art und Weise immer wieder verwenden kann und sichergestellt ist, dass dieser Kontext sich nicht so stark ändert. Und das ist aber nicht nur im Belieben jedes Einzelnen. Das heißt, ich gehe hin und definiere, für mich heißt das halt so und so. Nein, man muss sich eben da auch mit der Wissenschaftssprache auseinandersetzen. Das heißt, wiederum, es gibt einen eigenen Jargot, den man erlernen muss. Und der ist nicht nur eine Verkomplizierung, wie man vielleicht oft meint. Man könnte etwas auch einfacher ausdrücken, auch wenn das in einzelnen Fällen passieren könnte, geht es im Wesentlichen darum, dass man sozusagen die Begriffe auch in einen eigenen Kontext setzt. Also, die Theorien sind eigentlich nichts anderes als der Kontext für Begriffe und diese Theorien erklären dann genau, was diese Begriffe eigentlich bedeuten können. Und daher braucht man eben auch Theorien unter anderem dafür, dass wir die Begriffe einheitlich und möglichst klar verständlich definieren können. Auch hier muss ich sagen, ich spreche jetzt natürlich nur für mein Fach, für die Mathematik. In meinem Fach ist eine sprachliche Präzision absolut unerlässlich. Also ohne eine wirklich präzise Sprache in der Mathematik gibt es keine Mathematik, wenn man das so salopp formuliert. In der Mathematik ist es zum Beispiel so, dass der Begriff der Definition, der Eingrenzung, der genauen Beschreibung eines Begriffs immer ganz wichtig ist. Also Präzision ist in meinem Fach völlig unverzichtbar und in der mathematischen Fachsprache ist es extrem wichtig, dass man ganz genau ausdrückt, was eigentlich gemeint ist und warum das so wichtig ist, erschließt sich einem vielleicht nicht sofort und man denkt sich, naja, die Mathematiker sind aber furchtbare Pedanten, wieso wird das so kompliziert gemacht? Aber man sieht dann schnell, wenn man darauf verzichtet, auf diese Präzision, gibt es halt eine Fülle an Täuschungen, an Irrtümern. Dann sieht man einfach, warum diese Präzision notwendig ist. Da muss man ein bisschen in die Mathematik hineingehen, um den Wert dieser Präzision zu erfassen. Aber wenn Sie jetzt von Sprache und Präzision allgemeiner sprechen, dann muss ich sagen, aus meiner Sicht die Fähigkeit, sich klar, verständlich und präzise auszudrücken, das sollte eigentlich etwas sein, was nicht nur innerhalb der Wissenschaften eine Rolle spielt. Also diese Präzision, diese sprachliche Präzision, dieses Vermögen etwas in klaren, nachvollziehbaren Worten auszudrücken, das ist in erster Linie für die Mathematik, wie gesagt, völlig unerlässlich. Ich glaube auch, dass es in allen anderen Wissenschaften eine große Rolle spielt, aber das sage ich jetzt nicht als Wissenschaftler, sondern als Mensch, ich glaube, präzis sprechen, vernünftig, klar denken, klar sprechen, ist etwas, was grundsätzlich von großem Wert ist. Also in der theoretischen Informatik ist es natürlich eine Sprache, die von der mathematischen Notation geprägt ist. Der Aufbau dieser Arbeiten, der Aufbau dieser Arbeiten sind geprägt dadurch, dass es Beweise gibt, dass der Grad zur Mathematik kein breiter. In der angewandten Informatik ist unsere Evaluierungsmethode ja nicht, üblicherweise nicht der Beweis, sondern empirische Validierung. Da muss die Sprache insofern präziser sein, dass sie gut verständlich ist, nicht irreführend ist und man weiß, wo auch die Limitations, also die Beschränkungen der Forschungsarbeit sind. Also was wurde jetzt wirklich evaluiert und wie verlässlich sind diese Aussagen oder gibt es einen Bayaz in irgendwelchen Simples zum Beispiel? Ja, präzise bedeutet in Bezug auf die Wissenschaftssprache, dass man einerseits etwas klar und genau formuliert, denke ich, und vor allem vielleicht Missverständnisse und Mehrdeutigkeiten versucht, so weit zu gehen, weit zu gehen, zu verhindern. Also eher eine sachliche Diskussion zu führen, denke ich, ist präzise, also klar und eindeutig formulieren, um was es geht. Es ist sicher kein Prozess, der leicht geht. Ich meine, manche schaffen das vielleicht in zwei Semestern, aber kommt immer auf die Motivation und den Einsatz der Studierenden dann. Also es dauert schon ein bisschen Zeit. Der Punkt ist eben, dass sich viele Studierende am Anfang schwer tun, weil man das in der Schule nicht so gelernt hat, glaube ich zumindest. Also wenn man direkt von der Schule an die Universität kommt, selbst mit Umwegen, ist das vom schulischen Schreiben was ganz Konträres, würde ich sagen. Also bei einer Deutsch-Matur oder so geht es eher um andere Sachen als um, was ich eigentlich da an der Uni beim wissenschaftlichen Schreiben performen sollte. Ich denke, Lesen ist das Wichtigste, um da mal einzusteigen, um ein Gefühl zu bekommen, wie fühlt sich Wissenschaftssprache an und wie wendige ich das an. Und auch ein Vokabel lernen, weil jede Disziplin oder zumindest die Geologie hat fachspezifische Begriffe und die sollte man natürlich einerseits im Deutschen und im Englischen ein bisschen als Tool beherrschen können, weil dann tut man sich einfach leichter. Also man muss sich keine Sorgen machen, weil das wissenschaftliche Schreiben kann man über die Zeit gut erlernen. Also den Begriff Präzision verbinde ich nicht unbedingt mit der Wissenschaftssprache, muss ich sagen. Für mich bezieht sich der Begriff Präzision eher auf ein anderes sprachliches Register und das ist das Register Fachsprachen. Also die Fachsprachen haben eben die Möglichkeit, die Gegenstände oder die Prozesse sehr, sehr detailliert, sehr, sehr präzise auszudrücken. Man weiß ja, dass zum Beispiel die Termini definiert werden, dass die Fachbegriffe definiert werden. Das heißt, durch diese Definitionen wird auch die Bedeutung der einzelnen Begriffe sehr, sehr gut und sehr, sehr präzise festgelegt. Haben Sie von Anfang an die Wissenschaftssprache beherrscht? Sicherlich nicht, nein. Dadurch, dass es auch so viele verschiedene wissenschaftliche Textsarten gibt, wie zum Beispiel ein Paper in Physik kann einfach sehr anders aussehen als ein Paper in Mathematik und es schaut definitiv sehr anders aus als Paper in Philosophie. Aber insofern beherrscht sicherlich keine Person all diese Arten wissenschaftlich zu schreiben von Beginn an und das ist einfach ein sehr anstrengender Lernprozess, wo man dranbleiben muss. Aber man lernt ganz zu einem sehr guten Teil dadurch, sich viele Beispiele anzuschauen, einfach Paper in dem Feld zu lesen, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, sich bei Lehrenden zu erkundigen und auch sie vielleicht zu fragen, ob sie Beispiele dafür haben, wie man einen Teil eines Textes umformulieren kann. Ja, aber das ist sicherlich etwas, was man typischerweise nicht von Beginn an kann. Ich denke, der wichtigste Grund dafür, sich mit der Wissenschaftssprache auseinanderzusetzen, ist, dass Wissenschaft zu einem extrem großen Teil aus Kommunikation besteht. Und man möchte einerseits verstanden werden. Das heißt, man möchte wissen, wie man sich präzise und klar ausdrücken kann. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass man, wenn man nicht weiß, wie gewisse Gepflogenheiten eben sind, dann interpretiert man auch wissenschaftliche Resultate falsch. Also wenn sich ein Laie ein Paper in Physik oder in Epidemiologie ansieht, dann kann es sehr leicht passieren, dass gewisse Phrasen, die typischerweise in dem Feld verwendet werden, ganz einfach falsch interpretiert werden. Einfach nur, weil man nicht an die Art des wissenschaftlichen Sprachen und Schreibens gewohnt ist. Natürlich nicht. Die wissenschaftliche Sprache braucht auch Übung. Und vor allem, man kennt schon gewisse Dinge aus der Schule. Man lernt, wie man sich gut ausdrückt. Aber auf der Uni ist es immer wichtig zu überlegen, woher kommen die Begriffe. Begriffe sind immer verbunden mit gewissen Denkschulen, in die man sich dann irgendwie implizit einordnet. Und dafür fehlt am Anfang noch so ein bisschen das Gefühl und das Verständnis für die Konzepte, die mit diesen Begriffen verbunden sind. Und wissenschaftliche Ausdrucksweise lernt man eben auch durch das Lesen von Texten und auch ganz viel durch das Lesen von Texten von anderen Studierenden. Wissenschaftssprache. Ich meine, was ist Wissenschaftssprache schon? Wie lernt man die Wissenschaftssprache? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil darüber ja auch jetzt nicht so große Einigkeit meiner Meinung nach herrscht, was jetzt eigentlich eine Wissenschaftssprache ausmacht. Natürlich gibt es einiges an Fachbegriffen in meiner Disziplin. Die kann man von Anfang an gar nicht kennen, weil sonst wäre ja das Studium unnötig, wenn man schon alles weiß, wofür studiert man es dann. Also da muss man sich einfach darauf einlassen, dass man am Anfang viele Begriffe noch nicht kennt und eben versuchen, eigentlich so simple Begriffe wie möglich zu verwenden. Also es ist irgendwie eine Fehlannahme, dass nur weil ich komplexe Fremdwörter kenne, dass ich deswegen eine gute Wissenschaftssprache habe oder die Wissenschaftssprache verstehe. Weil es im Gegenteil, also desto simpler ich komplexe Gedankengänge ausdrücken kann, desto wissenschaftlicher wird es eigentlich, weil das ist ja unsere Aufgabe, eben diese komplexen Vorgänge, in meinem Fall in dem politischen Leben unserer Gesellschaft, herunterzubrechen auf etwas, das man versteht und kommunizieren kann. Also da würde ich mich einfach darauf einlassen, dass das mit der Zeit kommt, dass man am Anfang halt noch ein bisschen vielleicht Probleme hat mit bestimmten Begriffen und wenn man die nicht versteht, dann am besten einfach nachfragen, nachlesen. Also ja, also Wissenschaftssprache lernt man mit der Zeit, glaube ich. Da gibt es auch viele Hilfestellungen. Also ich habe regelmäßig in Seminaren irgendwelche Texte zur Verfügung gestellt bekommen, über wie schreibe ich besser wissenschaftliche Texte. Und viele davon habe ich schon mehrmals, glaube ich, in meinem Leben gelesen und lese sie immer wieder vor Seminararbeiten, weil ja, also man lernt ja keine, wir müssen ja unsere Texte nicht auswendig lernen und deswegen ist es immer wieder eine gute Hilfestellung, wenn man sich in Erinnerung ruft, was ist jetzt das, worauf ich achten soll? Nein, ich habe das Gefühl, ich lerne es tatsächlich auch immer noch. Das war, da ist mir zum Beispiel ein Seminar sehr, sagen wir, prägend in Erinnerung geblieben, ein Pro-Seminar, in dem wir die Möglichkeit gehabt haben, ein Probekapitel abzugeben vor der offiziellen Abgabe. Und ich habe dieses Angebot in Anspruch genommen, das war freiwillig und wir haben dann die anonymisierten Probekapitel im Plenum besprochen und wir haben es wirklich konkret auf die Sprache hin analysiert. Und das war für mich sehr prägend, weil ich dadurch stark in Berührung gekommen bin mit der Wissenschaftssprache, damit, was ich unter Umständen noch verbessern kann. Aber ich habe das Gefühl, das ist immer noch etwas, was ich lerne. .